Guten Abend, guten Abend, ich bin hier verabredet mit Herrn Weber von Gisander, also die Reservierung, glaube ich, müsste über Gisander gelaufen sein, also laut schriftstechnisch könnte man auch denken, Zander. Herr Weber ist noch nicht da. Ich darf sich zu Herrn Tisch führen. Oh mein Gott, das ist mein Chef. Ich bin an einem Tisch. Das ist unumgänglich. Herr Weber sitzt immer da. Nein, aber bitte, 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 mein Chef. Sarah? Hi. Are you here? Ja, ich habe hier Dane. Das ist ja. Come on, Baby. Ja, das ist mein Boy. Good Boy, Romeo. Good Boy. Weißt du, ich war verrückt nach dir und ich wollte echt gern mit dir schlafen. Irgendwann mal, aber nicht gerade mit 15. Und als du dann Schluss gemacht hast, weil du hast mit mir Schluss gemacht, weil ich ja angeblich zu verklemmt war, da habe ich geweint und ich habe dich gehasst. Und als mich dieser Schleimscheiße dann angemacht hat, da war ich einfach zu fertig, um ihn abzuweisen. Es war keine Vergewaltigung, weil ich sagte, okay, aber es war nah dran. Ich hatte bis nach der Uni kein einziges Mal Sex, was mir so zufrieden hat. Ob du es glaubst oder nicht, auch meine biologische Uhr tickt. Ich will ein Kind. Das ist doch toll, oder? Tom. Was? Tom muss es machen. Spielst du? Oje Kinder sind süß, intelligent, gesund. Das wird er doch auch mit mir hinkriegen. Das wird er doch auch mit mir hinkriegen.